Ich begrüße Sie alle zum ersten Literatursalon in diesem Jahr, der wieder richtig öffentlich stattfindet, mit Publikum. Und trotzdem haben wir aus der Vergangenheit, wo wir das nicht öffentlich machen konnten, gelernt, dass man das auch ins Netz stellen kann. Also dieses Gespräch wird dann auch bei YouTube hochgeladen werden nächste Woche. Aber zuerst mal begrüße ich meine beiden Gäste, Dr. Almut Bruder-Betzel und Prof. Klaus-Jürgen Bruder, beide Psychoanalytiker der Adlerschen Richtung. Habe ich das richtig verstanden? Vielleicht können Sie da sogar mal eine kurze Bemerkung dazu machen für diejenigen hier im Saal, die da überhaupt nicht wissen, was das ist, die nur Freud kennen zum Beispiel. Und wir reden heute über dieses großartige Buch, das heißt Macht, wie die Meinung der Herrschenden zur herrschenden Meinung wird. Da geht es also um Medien und es geht nicht nur um Medien, sondern es geht auch um uns selber, wie wir selber eventuell beeinflusst sind. Dieses Buch ist verkäuflich, das liegt da vorne. Sie können es hier dann gerne signieren lassen. Und als eine organisatorische Bemerkung, zu der ich gebeten worden bin, wir haben keinen Eintritt genommen, was wir sonst immer gemacht haben. Wir machen das diesmal als Austritt oder als Kollekte. Das steht da vorne und das ND, ja, Sie wissen das ja, ND hat es bitte nötig, wird sich bald zur Genossenschaft bilden. Vorne liegt die Satzung, liegen ein paar Kärtchen, dass man Mitglied der Genossenschaft werden kann. Aber das ist jetzt alles erstmal bloß so zum Einstecken und zum Weiter-Nachdenken. Ja, also wir haben heute ein ganz interessantes Gespräch vor uns, glaube ich. Ich habe viele Fragen. Bei manchen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern weiß man ja schon ein bisschen vorher, was die Antworten werden. Und hier ist das schon so, dass ich wirklich offene Fragen habe. Wirklich Dinge, die ich gar nicht so richtig weiß. Vielleicht können Sie zunächst etwas dazu sagen, wie dieses Buch entstanden ist und überhaupt zu dem gesamten Buch. Denn Sie sind ja die beiden Herausgeber und es sind ja noch andere Leute, die dafür das Buch geschrieben haben. Ja, vielleicht fange ich mal an. Das Buch ist entstanden im letzten Jahr 2019, war die Idee, eben ein Buch zu machen über Beeinflussung durch die Medien. Aber wir wollten, und das ist das Kennzeichen dieses Buches, Meinungsbildung eben nicht nur über Medien, sondern über alle Sozialisationsagenturen, über Familie, Schule, dann aber auch Internet, Konsum, Arbeitsbereich, der ist leider ein bisschen nicht ganz so prägnant ausgefallen. Aber jedenfalls dazu suchten wir dann Autoren zu diesen Bereichen. Es gibt auch Aufsätze über, wie bestimmte historische Ereignisse in den Medien dargestellt wurden, aber immer vor dem Hintergrund sozusagen die herrschende Meinung, wie setzt die sich durch. Die Autoren, da müsstest du eigentlich antworten, kannten wir zum Teil darüber, dass wir, mein Mann, die neue Gesellschaft für Psychologie organisiert und darüber wurden immer Kongresse gemacht, die auch hier im Raum waren und dadurch war schon ein Netz von Autoren in Sicht. Und in der Zeit, als es dann geschrieben wurde, kam Corona und dann hat sich sehr verzögert die Herausgabe, aber es ist eben kein Corona-Buch, sondern ein Buch über die Manipulation oder Durchsetzung der herrschenden Meinung. Ja, vielleicht zu weit. Ja, vielleicht noch ergänzend, weil du mir das Wort gegeben hast zu den Autoren. Die Autoren, die wir ausgewählt haben, entstehen aus einer längeren Geschichte oder sind aus einer längeren Geschichte hervorgegangen, die die neue Gesellschaft für Psychologie veranstaltet, jedes Jahr, oder hat bisher veranstaltet, jedes Jahr ein Kongress zu einem Thema aus diesem Bereich. Und diese Kongresse sind natürlich medienkritisch orientiert, aber zugleich, das was das Buch kennzeichnet, bearbeitet die medienkritischen Fragen von Sozialwissenschaftlern, Psychologen, aber auch Historikern, Naturwissenschaftlern. Und es ging jedes Mal um einen ganz konkreten, politisch brisanten Punkt. Zum Beispiel haben wir einen Kongress gemacht zur sogenannten Flüchtlingsfrage unter dem Titel Migration und Rassismus. Einen Kongress haben wir gemacht zur Kriegsproblematik, beziehungsweise zwei Kongresse zur Kriegsproblematik. Der eine hieß Trommeln für den Krieg und der andere hieß irgendwie mit Verantwortung übernahme durch. Also wenn man Verantwortung übernimmt, muss man in den Krieg ziehen, das waren die Themen. Also immer ein konkretes, damals, immer zu der Zeit jedenfalls aktuelles Thema. Und von daher haben wir eine Psychologie oder eine psychologische Diskussion entfalten wollen, die sich nicht allgemein an allgemeinmenschlichen Situationen orientiert, sondern an konkreten psychologischen, gesellschaftskritischen, gesellschaftstheoretischen Fragen. Und in dieser Aufeinanderfolge der letzten zehn Jahre oder zwölf Jahre dieser Kongresse ist so ein gewisser Stamm von Referentinnen und Teilnehmerinnen entstanden, aus dem wir Leute einladen konnten, aus dem wir einladen konnten, an diesem Buch mitzuwirken. Ja, erstmal das zu den Referentinnen. Vielleicht nochmal zur Ergänzung. Das Wichtige ist, dass wir nicht Medienkritik im engeren Sinn, so wie zum Beispiel Albrecht Müller von den Nachdenkseiten versteht Medienmeinungsmache, Meinungsmanipulation, sondern unser Ansatz ist, das weitere Umfeld einzubeziehen, in dem Meinung gebildet wird. Es geht ja nicht nur durch die Medien, aber gleichzeitig kann man am Beispiel der Medien bestimmte Prozesse, bestimmte Methoden feststellen, die in dieser Meinungsmache, in der Bildung von Meinungen im Interesse der Herrschenden, also die Beherrschenden, die Nichtherrschenden übernehmen, die Meinung der Herrschenden. Das muss natürlich hergestellt werden. Ja, so viel erstmal. Ja, also aus meiner Sicht kann ich sagen, dass dieses Buch, ich habe ja schon mehrere Bücher zu dieser Thematik gelesen, dass dieses Buch besonders dadurch interessant ist, dass eben Psychologen an diesem Buch beteiligt sind, weil die Psychologen sehr viel unaufgeregter erstmals Erscheinungen konstatieren und analysieren und dadurch viel tiefer analysieren können, als wenn alles unter Aufregung und im Zorn und so weiter untergeht. Aber Sie beginnen Ihr Buch mit der Feststellung aus der deutschen Ideologie, also darum, wie die Meinung der Herrschenden zur Herrschenden Meinung wird. Und ja, das hat mich schon erstmal sehr gefreut, weil dieser marxistische Ansatz ist, glaube ich, wirklich sehr produktiv und kann Zusammenhänge viel besser deutlich machen, als wenn man es alles nur so in der Erscheinung sieht. Und da habe ich mich schon mal wieder gefragt, ich weiß nicht, ob das überhaupt zu beantworten ist, weshalb dieser Begriff Ideologie so weitgehend verschwunden ist aus der öffentlichen Wahrnehmung. Also wenn man mit dem Ideologiebegriff kann man ja sehr viel erklären. Aber er verschwindet hinter allen möglichen anderen Meinungen. Wie kommt das eigentlich? Also zuerst mal die naheliegendste oder sofort einem einfallende Erklärung wäre, Ideologie wird ja landläufigerweise im Sinn von falsch oder schlecht oder idiotisch oder beschränkt oder bonierte Meinung verwendet. Und das will natürlich niemand, also das nimmt man zur Kenntnis und wehrt es ab. Das haben die anderen Leute, nicht wir selber. Die marxistische Vorstellung von Ideologie als, wie der Begriff so schön heißt, Überbau über der materiellen Produktion und Lebensverhältnisse, dieser Begriff geht dabei verloren oder wird dabei nicht berücksichtigt. Eben ein Begriff, der zu erfassen versucht, dass wir nicht nur, dass das menschliche Leben sich nicht nur in Produktion, Reproduktion und Urlaub und Konsum vollzieht, sondern dass wir uns auch Gedanken darüber machen, dass wir planen, dass wir uns etwas vorgenommen haben, dass wir darin auch unsere Ziele nicht erreichen können, allein auf dieser Ebene und dass wir bei diesem Planen und Gedanken machen, nicht vollkommen isolierte Individuen, die miteinander nichts zu tun haben sind, sondern dass wir uns orientieren an dem, was man so denkt und an dem, was man so sagen kann und an dem, was man nicht sagen kann, dass diese Steuerung sozusagen genauso wichtig ist, wie die Steuerung oder Abhängigkeit durch die unmittelbaren Bedingungen, ob ich Arbeit habe, ob die Arbeit mir Spaß macht, ob die Arbeit befriedigend ist, ob die Familie intakt ist und ob ich das erreiche, was ich mit der Familie verwirklichen will und ob ich dorthin fahren kann, wo ich will, also Urlaub, ob ich das mir kaufen kann, was ich will, das allein reicht nicht aus, um unser Leben zu erfüllen oder dem Leben Struktur zu geben, sondern unser Denken und unser Denken wird über ideologische Prozesse, die eigentlich Gegenstand der Psychologie sein sollten und manchmal auch zufälligerweise sind, uns orientieren. Kann ich dazu auch noch was? Ja, bitte. Bei Ihrer Frage, warum das Wort Ideologie gar nicht mehr vorkommt, würde ich auch dazu neigen, dass wir eigentlich, also in unserem Fach auch, aber auch in anderen Fächern eigentlich eine Kultur- und Wissenschaftskritik auf marxistischer Basis findet man kaum mehr. Also wir waren das von früher gewohnt, Psychologie kritisch zu betrachten auf den ideologischen Kern hin oder andere Wissenschaften und ich bedauere sehr, dass das eigentlich jedenfalls in unserem Umkreis nicht eigentlich kaum mehr vorkommt und deswegen kommt meines Erachtens auch der Begriff Ideologie nicht mehr vor. Das ist eben ein Schimpfwort geworden für Spinner oder so, was natürlich vollkommen Quatsch ist, aber ja, also die komplizierten Überlegungen zur Ideologie über entfremdete Arbeit, entfremdetes Leben, diese Kette wird einfach kaum mehr verfolgt, außer natürlich in ganz internen Diskussionen. Ja, und dann denke ich, dass das schon selber Ideologie ist, dass der Begriff so weit weggeschoben wird. Und ein zweiter Begriff, der mir jetzt schon wegen einem ersten Satz, mein Gott, ich kann ja ewig fragen, wir werden hier lange sitzen, nee, darf ich aber nicht. Na gut, also der zweite Begriff, das sind die Herrschenden. Wo sind die denn? Wer sind denn die Herrschenden? Da werden die meisten Leute sagen, ja, das ist jetzt gerade mal Merkel. Ja, Merkel. Ja, also die Herrschenden, wo sind die Herrschenden? Das ist auch eine Frage und dann wird es nämlich auch kompliziert, wenn man das durchdenkt, wie kommen die, die Gedanken der Herrschenden zu uns, ja. Also ein Wort zu den Herrschenden vielleicht. Ja, vielleicht, achso, das eine wollte ich noch, ist mir wieder ein Marx-Zitat untergekommen, da heißt es irgendwo, die Klasse, die die materielle Produktion in der Hand hat, hat auch die Disposition zur geistigen Produktion. Ich finde es ein Schlüsselzitat, dass dadurch die herrschende Klasse ihre Gedanken zu den Herrschenden macht. Gedanken heißt dann auch ihre Ideologie, ihre Interessen. Die Herrschenden, wo sind die? Jetzt wäre ich, aber ich zitiere jetzt jemanden, dann wäre ich nicht, jedenfalls die Herrschenden, schon 1922 hat Edward Bernays, das ist einer der Massenkommunikationsforscher der frühen Zeit von Amerika, hat ganz klar gesagt, Manipulation gehört zum Grundbestand der demokratischen Gesellschaft und wir werden von einer verborgenen Regierung regiert und diese verborgene Regierung lenkt und formt unsere Interessen. Also es ist kein Marxist, der Bernays, sondern das Gegenteil. Ich bin jetzt etwas vorsichtig deswegen, weil das natürlich heutzutage als Verschwörungstheorie gebranntmarkt werden würde. Die Herrschenden sehen wir nicht so deutlich, das ist die verborgene Regierung. Das ist eigentlich schon eine ziemlich ausreichende Vorstellung. Wenn man es von der anderen Seite her betrachtet, unter der Annahme, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt, die Organisation der Gesellschaft, dass das Zusammenleben durch Herrschaft reguliert wird, dann kann man sagen, wer sind die Herrschenden, sind die irgendwo in die, also sind natürlich Menschen, die Herrschenden sind Menschen, aber was wir sehen ist eigentlich nur der Apparat, beziehungsweise die mittleren bis kleinen oder höheren Angestellten und Agenten dieses Apparats. Die Herrschenden selber, wie Armut schon sagte, die sind unsichtbar. Man kennt sie in den seltensten Fällen, meistens wenn man Fatzleser ist, kennt man sie aus den Todesanzeigen, dann staunt da, welche vielseitig verzweigten, vernetzten Persönlichkeiten dort ihr Leben beendet haben, im hohen Alter meistens mit großen Verdiensten und von vielen Leuten hochgeehrt, aber bisher hat man sie nicht gekannt. Also die Herrschenden sind, die existieren natürlich, solange es Herrschaft gibt, aber es ist immer ein schönes Spiel, das dann getrieben wird, wenn man die Herrschenden sich vorstellt als Strippenzieher oder als Leute, die uns an den Fäden haben, das bringt man gerne in die Diskussion, um diese Vorstellung überhaupt zu diffamieren, um die Illusion sozusagen mit einer mageren empirischen Basis zu versorgen, dass wir natürlich nicht beherrscht werden von niemandem, sondern Individuen vollkommen freier Entscheidungen sind. Wir nehmen allenfalls Rücksicht auf natürliche Notwendigkeiten, zum Beispiel wenn es ein tödliches Virus gibt, dann muss das natürlich bekämpft werden, aber sonst, das ist ja auch keine Herrschaft, sondern das ist eine medizinische Anweisung. Ja, so viel zur Herrschaft. Ja, also das ist jetzt schon so ein Punkt, wo wahrscheinlich auch schon wieder die Persönlichkeitspsychologie ins Spiel kommt, denn viele Leute wehren sich jetzt gegen so eine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob Sie hier im Saal, wie Sie das empfinden, es gibt ja noch den Begriff des tiefen Staates, der das auch begreifbar machen will, dass es also hinter dem Vorhang der politischen Funktionäre, der politischen Personals noch etwas gibt, können wir jetzt sagen, die Lobbyisten, ja, aber das ist noch mehr. Und da gibt es auch eine Aversion, weil man das Gefühl hat, Mensch, also das kann doch nicht sein, dass ich hier so gegängelt werde. Und dann möchte man diese Vorstellung, dass es das gibt, überhaupt erst mal völlig in Bausch und Bogen ablehnen. Das ist wahrscheinlich normal, ne? Ja. Ja. Und es lebt sich wahrscheinlich auch leichter. Lebt es sich leichter ohne dieses Wissen? Was meinen Sie? Meinen Sie? Ja. Also jetzt ziehen Sie auf den Begriff der Manipulation, der auch aus der Mode gekommen ist, meines Erachtens. Jedenfalls ist der Begriff und diese, wir werden gelenkt von einer Regierung oder von herrschenden Klasse, ist natürlich eine Kränkung. Wir definieren uns als autonome Subjekte und andere meinen, wollen uns nachweisen, dass wir gelenkt werden. Ja, und von daher ist es unbequem und, ja, wobei zur Manipulation, es ist natürlich in Wirklichkeit nicht ganz so, dass wir Marionetten sind. Also wollte ich jetzt aber noch nicht drauf eingehen. Aber Tendenz zur Manipulation auf jeden Fall und es ist kränkend. Ja. Also ich werde auf jeden Fall beeinflusst, aber ich habe noch die Möglichkeit, wenn ich etwas weiß, mit dieser Beeinflussung umzugehen. Also ich habe die Möglichkeit, auch frei zu sein und nicht bloß mich zu wehren, sondern auch weiter zu denken, zu lesen. Dazu gehört zum Beispiel dieses Buch, was genau erklärt, wie das denn nun eigentlich vor sich geht. Wie geht das denn nun vor sich? Also Sie haben gesagt, der Mensch macht alles Mögliche, fährt in Urlaub, arbeitet und dabei ist er trotzdem verbunden mit, also eigentlich ist es ja nichts Kränkendes, sondern es ist einfach die Normalität. Man lebt in einer Gesellschaft mit Basis und Überbau. Also, ja, man lebt in einer Gesellschaft und man lebt in dieser Gesellschaft. Man lebt ja nicht außerhalb dieser Gesellschaft. Und man wird von allem, was in dieser Gesellschaft stattfindet, freilich beeinflusst. Ja, aber man wird beeinflusst, unwillkürlich, aber auch willentlich. Und um dieses Willentliche geht es jetzt. Wie passiert dann sowas? Also das ist ja eigentlich eine Frage, die das gesamte Buch durchzieht. Also man kann jetzt, wir könnten das Buch jetzt referieren, aber, und das Buch ist ja nicht das Einzige, das zu dem Thema Stellung nimmt. Also es ist eine ganze Bibliothek, die sich mit dieser Frage beschäftigt. Man kann immer nur pünktchenweise rangehen. Sie sagen, es ist ja ganz klar, in dem Milieu, in der Gesellschaft, in der man lebt, von der wird man beeinflusst. Das ist unbestreitbar. Man kann sich von diesem Einfluss, man kann diesen Einfluss reflektieren, also sich klar machen. Man kann diesen Einfluss verneinen, dann kann man ihn nicht reflektieren, wenn man ihn verneint, dann ist man eigentlich schon außen dem Spiel der Veränderung draußen. Also man kann ihn reflektieren, das wäre eine Möglichkeit, sich diesem Einfluss zu nähern. Und man kann, also es ist eigentlich der Gegenstand und jeder philosophischen oder weltanschaulichen Reflexion sieht diesen Einfluss oder das, was man tut, unter diesem Einfluss zu betrachten. Und die Illusion, dass man unabhängig ist, wird zwar immer wieder neu reingebracht in die Diskussion, in die Diskussion, aber die ist eigentlich uninteressant. Denn interessant ist ja, warum, was sind die Grenzen, die ich nicht sehe. Es gab mal in den 70er Jahren, vielleicht kennen manche von Ihnen noch diesen Spruch, Grenzen spürt, wer sich bewegt. Also die Grenzen spürt man eben meistens nicht, wenn man still sitzt, wenn man funktioniert, konform ist. Sich bewegen hieß damals jedenfalls sich bewusst nicht im Strom bewegen, sondern gegen den Strom zu schwimmen oder mal die Bewegung des Stroms auch erst mal zu reflektieren. Also Grenzen spürt, wer sich bewegt. Dieser Spruch ging davon aus, dass es Grenzen gibt und dass es nur eine Frage der Wahrnehmung ist, ob wir sie sehen oder nicht. Und es gibt viele Mechanismen von Seiten der Organisation der Gesellschaft, also von Seiten der Herrschenden, kurz gesagt, uns diese Grenzen nicht spürbar zu machen. Also die, jedenfalls vor der Zeit der letzten 18 Monate konnte man sagen, es ist für viele Leute, Leute für viele Menschen in der europäischen oder in Zentraleuropa, wie man zu Deutschland inzwischen gerne sagt, ist es so, dass man diese Grenzen nicht spüren muss, weil man alles, es wird alles immer bequemer. Vor allen Dingen Digitalisierung und Überwachung werden eigentlich als Mittel akzeptiert und angenommen, sich selber komfortabler zu bewegen in dieser Gesellschaft. Also auch wieder ein Mittel oder eine Möglichkeit, Grenzen nicht spüren zu lassen. Man spürt dann die Grenze, wenn man Zumutungen, die manchmal doch auftreten, dabei nicht verfolgt, also wenn man die nicht oder befolgt, wenn man aufgefordert wird, etwas zu bezahlen über Scheckkarte oder wenn man aufgefordert wird, über Paypal zu zahlen und dann wird man aufgefordert, das Geburtsdatum anzugeben und so weiter, dann fragt man sich, was ist hier eigentlich los? Das sind so Momente, wo die Grenzen, die Tatsache von Kontrolle und Überwachung auftauchen, die wir eigentlich in den meisten Fällen nicht sehen. Durch die letzten 18 Monate wurde das drastisch verschärft, dass wir ständig darauf hingewiesen wurden, was wir tun müssen und was wir nicht tun dürfen. Natürlich medizinisch begründet, aber diese medizinische Begründung ist ja eine Begründung, die ihre Diskussionsfähigkeit, ihre Beweislast schuldig geblieben ist. Von daher war das natürlich für viele möglich, das als Grenze zu erleben. Ja, Grenzen spürt, wer sich bewegt, also ich kannte den Spruch noch nicht, kommt ja aus der linken Bewegung. Ja, ne? Also insofern merkt man schon, also die Erfahrung einer linken Bewegung in der BRD ist eine andere Erfahrung als die Erfahrung in der DDR. Eine völlig andere Erfahrung und die DDR-Erfahrung hat manches für sich und wir können auch froh sein, dass wir die haben, aber die BRD-Erfahrung hat auf jeden Fall die Erfahrung einer Opposition mitgebracht, die wir so nicht haben. Also in der DDR war es ja so, was die Meinung betraf, da gab es ja, es war ja ganz offensichtlich, es gab eine ZK-Abteilung, die nannte sich Agitation und Propaganda. Das war überhaupt nicht irgendwo versteckt, sondern die gab es und die machten einmal in der Woche, gab es die sogenannte ARGU, da wurden die Chefredakteure der wichtigsten Medien zusammengeholt und denen wurde erzählt, was jetzt gerade wichtig ist. Das bedeutete allerdings, dass man auch sehr genau sehen konnte, was die Herrschenden, man wusste, wer die Herrschenden waren und was sie für wichtig hielten und warum sie es für wichtig hielten. Insofern war es auch sehr durchschaubar, wenn selbst bei den irrsinnigsten Aussagen, zum Beispiel, bitte jetzt nichts mehr über Schlösser und Burgen bringen. Das bedeutete, das bedeutete im Klartext, wir sehen den verfallenen Zustand von Schlössern und Burgen, wir sind aber im Moment angesichts unseres Wohnungsbauprogramms nicht in der Lage, die zu restaurieren. Oder das Allerverrückteste war, nichts mehr über Pferde. Über Pferde? Was fressen die Pferde denn? Und wo kommt das her? Wir haben jetzt gerade ein Problem. Wir haben jetzt gerade ein Problem mit der Ernte. Wir müssen importieren, das müssen wir für Valuta machen. Also wir brauchen das Korn für die Menschen. Also so einfach war es eigentlich gestrickt. Und das wurde dann wirklich von oben auch durchgestellt. Und man konnte, wenn man etwa hier im ND saß, konnte man das dann auch verstehen. Warum ist es aber so blöd, wie man das fand. Aber man konnte es irgendwie begreifen. Und heute ist es eben irgendwie anders. Also die Zensur damals offensichtlich. Und heute haben Journalisten das Gefühl, als seien sie ganz und gar frei. Darf ich dazu was sagen? Bei diesem Beispiel, die sind sehr markant, also nicht über das und jenes reden. Die Frage ist ja auch immer, wozu ist es überhaupt nötig, die Meinung zu beeinflussen. Das klingt jetzt primitiv, aber eigentlich ist es nötig. In dem Fall fällt es einem sofort auf, damit keine Unzufriedenheit oder die Unzufriedenheit nicht laut wird. In einer Gesellschaft, die ja auch Mängel hat, auch die DDR hatte, ihre massiven Mängel und umgekehrt in der Klassengesellschaft mit der sozialen Ungerechtigkeit, ist immer die Möglichkeit des Protestes gegeben. Und in einer Gesellschaft muss eben zusammengehalten werden, sind die Herrschenden darauf angewiesen, auf die Zustimmung, auf die Mitarbeit in Arbeit und Konsum und so weiter. Und das ist der Punkt, warum es so wahnsinnig wichtig ist, warum es so einen großen Apparat, Meinungsbildungsapparat gibt, der ständig gefüttert wird. Das ist der Punkt, damit dieser Zusammenhalt eingehalten wird oder eben kein Protest entstehen kann. Ja, da fällt mir jetzt abseits meines Manuskripts hier ein, übrigens meine Uhr, dem Glücklichen schlägt keine Stunde, die ist einfach stehen geblieben. Sie müssen mir irgendwann ein Zeichen geben, wenn es zu Schlange wird. Ja, da fällt mir ein, wie stehen Sie zu diesem Begriff gesellschaftlicher Zusammenhalt und Stabilität. Also das ist wahr. Es läuft ja darauf hinaus, dass es keine, dass es keine Aufruhr gibt, so war es ja eigentlich, Warnung vor dem Mob. Und wenn man die Frage der Stabilität bedenkt, daraus resultiert ja auch die Frage, wie man zur Manipulation steht. Ja, also erstmal, ich war noch auf einem anderen Gedanken, aber jetzt erstmal dazu. Zur Manipulation steht man, je nachdem, auf welcher Seite der Manipulationsdiade man steht, um es mal etwas schematisch zu sagen, diejenigen, die die Manipulation machen, durchführen, also Almuth hat Bernet zitiert, einer der Berater und auch Propagandist der Manipulation als grundlegenden Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft, die den Willen des Volkes, der da vermeintlich sich durchsetzt, in der Demokratie, der muss ja erst hergestellt werden, meinen die Manipulateure. Deshalb finden sie auch die Manipulation notwendig. Auf der anderen Seite, die Manipulierten sehen das natürlich ganz anders. Die wollen erstmal, erstmal meinen, ihre eigenen Interessen verwirklichen zu können und deshalb sind sie die Manipulation negativ. Wir müssen aber auf dieser Seite ja zumindest zwei oder in der Dimension von Dualität zwei verschiedene große Lager feststellen. Die einen, die diese Manipulation kritisch sehen und sie auch kritisieren und dagegen Sand ins Getriebe streuen und die anderen, die das nicht machen, also die dann davor die Augen verschließen, dass es Manipulation gibt und erst wenn man sich bewegt, wie gesagt, sieht man die Grenzen, die durch Manipulation hergestellt werden. Ich wollte jetzt anschließend vielleicht noch ein wichtiges theoretisches Konstrukt einführen, das für diese Diskussion ganz zentral ist, nämlich die des Diskurses. Der Diskurs ist sozusagen das Scharnier zwischen den Herrschenden und den Beherrschenden und den Nichtherrschenden. Der Diskurs ist die Strippe, die im Bild der Strippenzieher, aber wie Sie wissen, gibt es ja im Diskurs keine Strippe, sondern es ist Flatus Vucis, also der Hauch der Stimme, der von dem Manipulateur zu dem Manipulierten schallt und der Manipulierte nimmt ihn auf. Dieser Diskurs ermöglicht, dass Herrschaft zunächst unsichtbar sich durchsetzen kann, insofern die Mächtigen die Diskurse füttern mit ihren Ideen und kontrollieren, dass die auch die Ideen in der richtigen Weise kursieren. Deshalb ist der Diskurs derjenige Apparat, sozusagen die Maschine, die festlegt, was gesagt werden darf, was nicht gesagt werden darf, was in einer bestimmten Situation gesagt werden darf, was nicht gesagt werden darf, was für bestimmte Leute sagbar ist, für andere nicht. Also der Diskurs, das Reden über, das zentral, sichtbar in den Medien erscheint, aber in jeder gesellschaftlichen Veranstaltung oder Versammlung oder gesellschaftlichen Zusammenhalt kursiert. Also früher hatte man den Begriff für den Spiegel, also die Zeitschrift der Spiegel, der eines dieser monopolisierenden Organe des Diskurses ist, hat man für den Spiegel den Ausdruck Bild am Montag gezeigt. Also Bild-Zeitung war für die Intellektuellen klar, das ist die Zeitung, die die Massen verdummt. Die Intellektuellen haben natürlich, lesen keine Bild-Zeitung, sondern lesen den Spiegel und führen auf den Partys oder in den Pausen oder in den Arbeitsgesprächen, führen sie die Titel und Themen, die der Spiegel vorgibt, aus, diskutieren und sagen, ich bin der Meinung, ich bin der Überzeugung, es kann nur so und so sein, was im Spiegel stand. Am Montag war das ganz heiße Gespräche und so ähnlich läuft es eben mit dem Diskurs, der Diskurs ist ein relativ abstrakter Begriff, aber will gerade dieses Nicht-Sichtbare fassen als abstrakter Begriff, es geht ums Reden und die Kontrolle des Redens und die Kontrolle des Redens wird von den Mächtigen ausgeübt, aber nicht über die, über diese sichtbare Macht, sondern darüber, dass definiert wird, was ist jetzt das Thema, Sie hatten es vorhin genannt und am sichtbarsten war das ja die letzten 18 Monate, wie definiert wurde, worüber wer reden darf und worüber nicht und wie man reden darf. Diskurs, ja, aber die Frage ist, inwieweit, also dass ein dialektischer Prozess ist, dass es also nicht nur von oben kommt, sondern dass es auch von unten nach oben einwirkt. Also ich denke schon, also dass die Meinungen, die geäußert werden, durchaus auch wahrgenommen werden, ich sage jetzt mal herrschenden, ja, und die dann wieder darauf reagieren. Ja, also ist es im Prinzip doch sehr gut, wenn also ein kritischer Diskurs stattfindet, der dann auch wieder zu einer, also Gesellschaften sind ja nicht statisch, sie bewegen sich, sie können sich entwickeln, und der dann zu einer Entwicklung führt, wie man sie möchte. Nein, so einfach ist es nicht, aber immerhin. Ja? Es ist schon klar, dass, was Sie ansprechen, dass dieser Diskurs hin und her geht, das ist natürlich auch das Kontroll, die Kontrollsituation, meinetwegen, stimmt die Bevölkerung einem Kriegseinsatz zu oder nicht, wobei, naja, der Afghanistan-Krieg lief eigentlich immer weiter, obgleich die Bevölkerung eigentlich mehrheitlich den nicht unterstützt hat, also, aber trotzdem orientieren sich die Regierenden schon an diesem Diskurs oder meinetwegen auch an Umfragen und verändern dann eben ihre Begründungen, also die Begründungen für das, zum Beispiel den Kriegseinsatz, sind eben ganz andere als die wahren Gründe, sondern humanitäre Gründe, Afghanistan, die Frauen zu befreien mit Bomben und dadurch wird es wieder stillgestellt, dieser Protest. Ja, aber es kann durch eine, jetzt sage ich mal, linke Bewegung durchaus auch eine Grenze aufgezeigt werden, was eben seitens der Herrschenden nicht geht. Also wo eben die, ja, und deshalb ist es so wichtig, dass die stark ist. Ja, jetzt, Sie können, wenn Sie das Buch lesen, können Sie genaue, genaue, genaue Beschreibungen lesen, wie genau eben sich Ideologie durchsetzt, welche Möglichkeiten es gibt, welche Möglichkeiten der Manipulation auch in den Medien es gibt, aber vielleicht können Sie das hier für diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, nochmal kurz irgendwie zusammenfassen. Welche Möglichkeiten gibt es, die Leute dazu zu bringen, das zu denken, was sie denken sollen? Ja, also es gibt verschiedene Institutionen und Agenturen, das ist die eine Seite, aber die andere Seite, wie wird das durchgesetzt, da gibt es ganz verschiedene Methoden, ich kann jetzt nur beliebig nennen, also das eine ist die kognitive, also die Ratio ansprechen, die Argumentation schärfen, dazu gehört aber auch, dass in der Gesellschaft, also um wirkungsvoll zu sein, müsste möglichst ein Informationsmonopol bestehen, also das heißt eine Gleichschaltung der Medien, wenn es über Medien geht und was Pioniere der Massenkommunikation auch empfehlen, die Menschen mit Information überfluten oder Fluten, was wir jetzt zurzeit auch ständig wahrnehmen, aber auch die Medien, die Journalisten fluten mit Informationen. Das andere, die großen Einwirkungen auf, sind natürlich emotionale Mittel und dazu gehört eben einerseits in ganz starken Ausmaß Angst, aber auch Schüren von Moral, also Moral zum jetzt im Moment Solidarität, aber auch Moral, Scham und Schuldgefühle, schlechte Gewissen, also die emotionale Ebene ansprechen und dazu gehört auch Aggression, das ist ganz stark, dass die Gesellschaft häufig gespalten wird in Gut und Böse und dass eben bestimmte Menschengruppen zu Feinden erklärt werden, entweder die Linke oder die Rechte oder die Flüchtlinge oder, also es gibt eine breite, eine große Bandbreite, die Feinderklärung hilft, die anderen Menschen zum Zusammenhalt zu bringen. Dann gibt es natürlich, ganz wichtig sind natürlich Sprech, Bedeutung von Sprache, also die Sprache zu beeinflussen, Sprachregelungen einzuführen, ja, da über Sprache gut und böse zu trennen, dann natürlich grundlegend sind natürlich für die Beeinflussung Strukturen, Strukturen in der Arbeit, Strukturen im Konsum, auch gewaltförmige Strukturen, ja, also das sind Mittel, Instrumente der Beeinflussung, also da müsste man ganz viel aufzählen. und natürlich dieses ständige Wiederholen der gleichen Sache. Ja, erst mal soweit. Vielleicht noch eine Ergänzung, die, man kann dieses, es geht ja hier, was Almut dargestellt hat, um Sprache, Sprache, also Meinungsbildung über Sprache, die, man kann die Sprache oder eine wichtige Betrachtungsweise von Sprechen und von Sprache ist, dass man eine Differenz einführt, die bei Adler, Sie haben vorhin Adler genannt, oder bei Lacan, der ist vielleicht noch bekannter, zwischen dem, was in der Sprache im Sprechen gesagt wird und dem, was nicht gesagt wird, aber mitgedacht wird. Diese Differenz ist deshalb wichtig, weil der Empfänger der Botschaft, der arbeitet nach demselben Prinzip, er nimmt einerseits wahr, was gesagt wird, aber er denkt sich sein Teil und diese Kombination oder diese Verbindung ist für die Wirkung von sprachlicher Manipulation oder von Meinungsbildung ganz zentral. Die ist auch der Grund dafür, warum man in den Diskurs einsteigen kann und kritische Diskurse führen kann, aber warum die Diskurse Macht ausüben oder warum Macht über Diskurse ausgeübt wird, das werden Sie beobachten in den Medien jedenfalls ist es am leichtesten zu beobachten, dass das, was gesagt wird, also das in der Sprachtheorie von de Saussure signifikant genannte Teil des Sprechens, dass an dem die ganze Manipulation stattfindet, also was Armut aufgezählt hat, die Häufigkeit, es ist wichtig immer wieder eine Parole zu wiederholen, die Emotionalisierung der Parole, die Autorisierung der Parole, indem man Experten sagen lässt, was zu sagen ist, also Beispiel der Virologe Drosten war ja nicht zufällig ein Virologe für diese Kampagne, dass die Aktion, die aus dem Gesagten folgt, vorgegeben wird, also wenn etwas so ist, dann muss man das und das machen und das geschieht alles auf dieser Ebene des Sichtbaren oder Hörbaren, das was man sich dazu jeweils denkt, ist dem Empfänger überlassen, aber es ist die Wirkung, dass er, weil er sich das, was er selber denken will, auch denkt, übernimmt er die Parole, übernimmt er das Gesagte, also das ist sein Zugang und das ist der Zugang der Herrschenden direkt sozusagen in die Psyche des Beherrschten und es ist auch die Freiheit, die er spürt oder die er fühlt, ich kann mir meinen Teil denken, aber machen wird er trotzdem was von ihm verlangt wird und interessant ist, was man in den letzten Monaten beobachten konnte, dass die Bedeutung und Verstärkung des Gesagten, also des Signifikanten durch auf der Handlungsebene vollzogen wurde, zum Beispiel hat man die Gefährlichkeit des Virus dadurch bewiesen, dass man strikte, strenge Maßnahmen gefordert hat, also je strenger die Maßnahmen waren, desto gefährlicher erschien das, was mit den Maßnahmen bekämpft werden sollte, oder dass man die, jetzt habe ich aber das Beispiel nicht mehr im Kopf, also jedenfalls der Zusammenhang zwischen Sagen und Tun ist eine wichtige Bedingung dieser Manipulationsmöglichkeit, man freut, hat diesen Prozess, diesen psychischen Prozess als den der Nachträglichkeit genannt, bezeichnet, im Nachhinein wird das, was vorausgegangen war, verifiziert, also bestärkt. die, 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 ja, ich glaube, ich weiß, Klasse. Ja, also weil Sie das sagen, das Gesagte und das Nichtgesagte, das Nichtgesagte zu finden, das kann man ja lernen anhand der Literatur, die Literatur ist ja so ein Übungsfeld dafür, dass etwas gesagt wird und dass sich darunter noch etwas anderes befindet und deshalb finde ich, das Lesen von künstlerischer Literatur ist durchaus eine gute Übung, um die Welt zu begreifen und auch um den anderen Menschen zu begreifen, der das geschrieben hat. Ich suche immer also den anderen Menschen in dem Werk, ich gucke, wo hat der seine Probleme, was will er womöglich verstecken und was will er wie verstecken und das ist ausgesprochen interessant. Aber wir reden ja hier ziemlich theoretisch glaube ich, aber das ist mal auch sehr gut über die Psychologie und da interessiert mich die Frage, welche Bedeutung der psychologischen Wissenschaft zukommt bei der Produktion von Ideologie. Denn die psychologische Wissenschaft ist ja eigentlich erst mal wird sich in Anspruch nehmen objektiv und zu forschen und so weiter. Inwieweit kann das auch mit Ideologie zusammenhängen? Das ist eine schwierige Frage. Psychologie ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Es gibt die empirische Psychologie, die so tut, als sei es ideologiefrei und bestimmte empirische Forschung initiiert, was natürlich sie untersucht, natürlich auch ideologische Zusammenhänge, ohne das so zu nennen, so würde ich es glaube ich mal sagen. Und das nächste ist dann die Interpretation der Ergebnisse, die ja gefärbt werden von der herrschenden Meinung eigentlich. Auch bei Meinungsumfragen wissen wir ja, dass die Art der Frage schon mal den Antwortenden lenkt und in bestimmte Richtungen und auch der dem zuhört, der wird damit auch gelenkt. Ich weiß aber nicht, ob ich Ihre Frage richtig, also ich würde sagen, die Psychologie insgesamt ist Träger bürgerlicher Ideologie oder bürgerlicher Auffassung auch über das, was den Menschen bewegt und wie er reagiert. Ich würde gern was Ergänzendes dazu sagen. Das ist natürlich eine Frage, die eigentlich auch im Zentrum unserer Arbeit steht, deshalb nicht so leicht zu beantworten, aber erst mal greift ja Psychologie, also es hängt von der Methode ab, um welche Psychologie es sich handelt, aber sie greift ja vorhandene Meinungen und vorhandene Gewohnheiten verhalten auf und gibt ihr mit der empirischen Forschung den Nimbus von Wissenschaftlichkeit, wenn sie es noch mal bestätigt. Also ein großer Teil von Psychologie ist eigentlich eine Verwissenschaftlichung in Anführungszeichen der Alltagspsychologie. Aber es gibt natürlich auch und gerade in unserem Zusammenhang sehr schöne Experimente, die etwas klar machen, was man vielleicht auch schon weiß vorher, aber wo dieses Klarmachen dann einen anti-ideologischen oder einen aufklärerischen Effekt hat. Zum Beispiel das Milgram-Experiment, das immer wieder in dem Zusammenhang zitiert wird, unsere jetzigen Situation, das hat ja aufgezeigt, dass Menschen ja man glaubt man ja also dass egal aus welcher Schicht, mit welcher Vorbildung bereit sind Befehle zu befolgen, auch wenn sie ihren eigenen moralischen Vorstellungen widersprechen. Und die nicht alle Menschen, nein, nicht alle Menschen, aber das deshalb hatte ich gezögert bei nicht Menschen, ich habe nicht Menschen und Tiere unterscheiden wollen, sondern nicht alle Menschen. Aber jedenfalls erstaunlich weit ist das ein erstaunlich hoher Prozentsatz, dass diese moralische Halt so leicht durch Befehle durchbrochen werden kann. Natürlich ist die Moral des Einzelnen eine Stütze gegen wie Körbe Befehle auszuführen, aber der Befehl muss nur in der richtigen Form vorgebracht werden. Und da war in dem Mekom-Experiment etwas, was die Leute überzeugt hat, weiterzugehen, also den Befehl zu folgen, dass der Versuchsleiter gesagt hat, es handelt sich hier um Wissenschaft und die Wissenschaft muss voranschreiten und es ist erforderlich, dass sie weiter machen, denn sonst gefährden sie den wissenschaftlichen Fortschritt und damit kommen wir wieder auf die Ebene des Diskurses auf der Ebene des Gesagten, Wissenschaft können wir schlucken, da können wir alles mitmachen, aber das kann sogar die Moral kippen. Es gibt ja auch im Augenblick viele Fragen, wo man moralisch in die Bredouille kommt, wenn man das alles macht, was hier als notwendig deklariert wird. Ja, klar, also die ist ein dünnes Eis, unsere Zivilisation ist ein dünnes Eis, hat schon Christa Wolf gesagt, ja, das ist so. Ich wollte eigentlich noch auf einen Zweig der Psychologie hinaus, von dem die viele Leute gar nichts wissen, nämlich die angewandte Psychologie, die ist ja sogar ein universitärer, das kann ja Studiengang sein. Ja, angewandte Psychologie, da bin ich nicht sehr bewandert, aber jedenfalls darunter versteht man Arbeitspsychologie, Werbepsychologie, also die Anwendung der Grundlagen der Psychologie, der Grundlagen der Psychologie sind Lernvorstellungen, Vorstellungen über die Entwicklung eines Menschen oder der Menschen, Wahrnehmungs Psychologie, Lernpsychologie, Wahrnehmung, auch die Verbindung mit physiologischen Prozessen und das wird in der angewandten Psychologie, also zum Beispiel Werbung oder Arbeitspsychologie, Testpsychologie für die Auslese von Arbeitskräften oder von Fähigkeiten und so weiter, das wird dann sozusagen in einem längeren Prozess übersetzt. Wir hatten früher die Grundlagen der Psychologie oft für gesellschaftsirrelevant gehalten. Wir haben immer gesagt, es ist vollkommen für die Katz, welche Hautreflexe bei einer bestimmten Behandlung auftreten und wir wurden dann belehrt, also das ist aber auch schon länger her, es gab einen Kongress 1968, da trat ein Professor auf und sagte, er macht Geruchspsychologie. Kannten wir auch nicht, was das heißt, jedenfalls dachten wir dann natürlich vollkommen eben nur für die Kosmetikindustrie oder was, nein, er hatte begründet, die gesellschaftliche Relevanz dieser Geruchspsychologie war, dass man im Vietnamkrieg Vietnamnesen von Chi-Hais unterscheiden kann im Urwald und dann entsprechend militärisch sich verhalten kann. das war die angewandte Psychologie der Geruchsforschung. Den Namen gar nicht, Drucks? Geruch. Ach, Geruchsforschung. Na ja. Jede Haut riecht unterschiedlich. Ja, also wenn ich angewandte Psychologie studiere, dann kann ich in ein Wahlkampfteam gehen, ne? Ja. Ja. Die Werbeagenturen natürlich, die Lobbyisten, die brauchen solche Menschen, die die Grundlagen übersetzen in Anwendung. Und da ist natürlich die Werbung ganz wichtig, da spielt dann auch die andere Psychologie eine Rolle, nämlich der Begriff ist heute noch nicht gefallene Begriff des Unbewussten. Also das Unbewusste zu erreichen mittels Beeinflussung. Das ist sozusagen das Ziel. Also Unbewusst heißt jetzt hier, ich merke es nicht, wie ich beeinflusst werde. Das ist die Krone, wenn man das so schafft, ne? Ja. Ja, und da kann ich mir auch vorstellen, dass es da Leute gibt, die also ganz persönlich aus ihrem Ego heraus einen gewissen Ehrgeiz entwickeln. Das kann ich mir denken. Was ich in ihrem Buch aber auch interessant fand und was ich eben so genau noch gar nicht wusste, wie lange es schon Forschung auf dem Gebiet gibt, der manipulativen Techniken. Also man denkt ja, das ist was jetzt oder so, oder es gibt den Roman 1984, aber eigentlich ist das ja schon 100 Jahre früher gewesen. es geht natürlich also sie spielen jetzt an auf die Pioniere der Massenkommunikations Forschung, die schon in der Zeit des Ersten Weltkriegs begonnen hat oder ich denke aber als Forschung begonnen hat praktiziert glaube ich wurde Psychologie auch vorher jedenfalls als Forschung begonnen im Ersten Weltkrieg ging es damals bei den Amerikanern darum zunächst um die Frage die Amerikaner dazu zu bewegen im Ersten Weltkrieg dem zuzustimmen dass man da eingreift und aus dieser ja und bei dieser Forschung hat man zurückgegriffen auf Psychoanalyse und zurückgegriffen auf die Massenpsychologie die kennen Sie alle Le Bon und dann gibt es auch Italiener die sich Gedanken über Aufstandsbewegungen in Frankreich Le Bon gemacht hatten oder Theorien über die Massenpsychologie verfasst also die Warnung vor der Emotionalität vor der Irrationalität der Massen dem Instinktverhalten und so weiter und das Verhältnis von Masse und Führer untersucht hat das wurde dann von der Psychoanalyse auch aufgegriffen explizit 1921 von der freundschen Psychoanalyse wurde aber eben in Amerika als zunehmend mehr als empirische Forschung also erst eher spekulativ die Namen sind Bernays und Walter Lippmann als Thesen entwickelt der Lippmann ist interessant also die gehen alle zurück auch aufs Unbewusste und der Lippmann seine These die ganz wichtig ist wir erleben die Welt über Bilder wir machen uns Bilder und erleben sie über Bilder wir haben keine konkrete Erfahrung mit vielen Dingen wissen aber aus von anderen Quellen darüber etwas und da spielen immer Stereotype und Symbole eine Rolle und es bilden sich im Lauf der Lebensjahre da gibt es auch andere Forschungen zum Beispiel von Adler bilden sich Vorstellungen über die Welt die nicht der Welt unbedingt entsprechen aber diese inneren Bilder auf die treffen die Einflüsse Manipulation von daher ist Manipulation auch zu relativieren die Einflüsse treffen auf innere Bilder und das Manipulative bei Lippmann ist dann wir müssen die inneren Bilder formen dann können wir die verändern formen dann können wir die Menschen beherrschen das ist ganz wichtig da gab es dann im weiteren auch Kritik an diesen Forschung die sich natürlich nehmen also das war dann zweiter Weltkrieg beziehungsweise in der Zwischenzeit man sprach von Propaganda aber dann als die Nazis eben die Propaganda vorgeführt hatten hat man es am PR genannt aber hat davon auch viel gelernt ja soweit erstmal ja also es geht ich weiß nicht können wir eigentlich noch nachher noch fragen stellen lassen haben wir die möglichkeit oder ist das schwierig mit dem film was meinst tun auch gut aber ich mache noch ich habe noch zwei fragen und dann vielleicht wenn sie noch jetzt ist eine Stunde also das heißt ich kann nicht mehr so lange reden ja ein System ein jedes Herrschaftssystem wir hatten bisher in der Geschichte nur Herrschaftssysteme nur wird auf seine Weise versuchen eine Stabilität zu bewahren und die herrschende Schicht vor äußeren Einflüssen zu schützen und das ist erst mal eine Normalität also ich bin erst mal froh dass ich das als Normalität anerkennen kann zugleich kommt dann der Gedanke der Systemveränderung ins Spiel der linke Gedanke dass Systeme überaltern dass sie in Krisen geraten und dass sie verändert werden müssen also der Fortschritts Gedanke der Fortschritts Gedanke und der Gedanke der Aufklärung welche welchen Rat können sie Linken geben ist jetzt eine schwierige Frage aber wie kann man als jemand der eine fortschrittliche Veränderung will der einen Weg zu mehr sozialer Gerechtigkeit will das ist ja unser Anliegen wie kann man vorgehen was müsste man tun und was sollte man nicht tun ist sehr schwierig aber vielleicht haben sie eine Idee Ja ich versuche es mal also Linke sind ja Leute die die Gesellschaft verändern wollen oder den Fortschritt die Veränderung im Sinne des Fortschritts wollen und Linke haben eigentlich die Erfahrung gemacht dass der Fortschritt entweder erzwungen wird durch gesellschaftliche Krisen also meistens sind Kriege und Krisen der Motor man macht dann man baut die Städte auf die zerbummt wurden man baut die Systeme auf die kaputt gegangen sind Linke werden sich wahrscheinlich Gedanken machen wie man den Fortschritt oder die Veränderung von Gesellschaft ohne diese Krisen oder ohne dieses Leid das mit Krisen verbunden ist zustande bringt das heißt man müsste die Entwicklung der Gesellschaft kennen studieren was sind krisenhafte Verläufe auf die man einfach zusteuert wie 2008 zum Beispiel oder jetzt könnte man auch sagen es ist eine tiefe Krise die aber ein bisschen anders zu beurteilen ist wahrscheinlich aber jedenfalls Linke wollen diese Krise nicht einfach blind abwarten oder die Kosten nämlich viele Menschen leiden darunter in Kauf nehmen sondern wollen einen anderen Weg finden und da ist das wichtige kreative Potenzial auf das man sich dabei stützen kann als Linker dass man weiß und die Erfahrung auch historisch belegen kann dass die Menschen selber daran dass die eben Ideen haben das Leben zu verbessern dass sie eher daran behindert werden ihre Ideen zu verwirklichen als dass man auf die gebaut hat und deshalb kommt es für Linke darauf an diese Behinderung zu nehmen also gegen diese Behinderung zu arbeiten oder die Menschen selber zu stärken in ihrer Kreativität und in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Macht ihre Ideen auch ihren Nachdruck zu verleihen und sie vielleicht auch in Eigeninitiativen auszuprobieren aber jedenfalls das würde ich sagen ist grob skizziert mein Vorschlag an die Linke eine Ermutigung und zwar eine Ermutigung die ja in vielen Fällen in Berlin konnte man das auch beobachten in vielen Fällen vorhanden ist und in vielen Fällen versuchen Teile der Bevölkerung oder größere kleinere Gruppen andere Wege zu gehen zum Beispiel Hausbesetzer versuchen Wohneigentum zu kommunalisieren zu vergemeinschaftlichen und solche Projekte müsste man einfach unterstützen ganz einfach und in Berlin beobachtet man eher das Gegenteil dass also diese Projekte behindert werden statt gefördert werden allgemein gesagt der Übermut jetzt positiv gemeint der Bevölkerung wird nicht kreativ genutzt sondern zurückgedrängt das ist interessant da kommt bei mir merke ich da merke ich in meinem Inneren dass dass meine DDR-Sozialisation mir eine gewisse Grenze setzt aber naja also also der Gedanke Hausbesetzer die Unordnung wie die Häuser dann aussehen also da bin ich offenbar da gibt es aber ich kann dafür nichts das ist einfach Herz noch im Kopf aber ich also mit dem mit dem Gefühl ist es für mich schwierig aber mit dem Verstand sehe ich dass dass es für Linke tatsächlich gut ist wenn dieser Übermut von dem sie reden wenn der kreativ werden kann statt ihn irgendwo in irgendwie einzudämmen ja ja ich ich verstehe es ja noch was die Frage ist ja es geht ja auch um darum wie können Linke ihre Gedanken verbreiten das war eigentlich ihr und Anhänger finden da ist mein erstes aber ich bezögere das sozusagen schon mehr zu vertrauen auf die Rationalität Zusammen Rationalität der Menschen eben in der jetzt nenne ich es mal Agitation rationale Zusammenhänge aufzuzeigen Hintergründe und Zusammenhänge zwischen negativen Erlebnissen negativen Erfahrungen und der gesellschaftlichen Wirklichkeit eigentlich also das was eigentlich auch Marxismus macht Zusammenhänge die nicht so offensichtlich vielleicht erstmal sind aufzeigen ja das stimmt also das entspricht auch meinem Wunsch ich wünsche mir viele Zusammenhänge wenn ich eine Zeitung lese und ich wünsche mir Analysen und ich wünsche mir weniger Pädagogik also ich möchte nicht belehrt werden und ich ja ich möchte also selber denken aber wie ist es denn mit der Utopie ist also ist es wäre es notwendig auch irgendwelche leuchtenden Bilder mehr zu entwerfen oder würde man sagen die kann man gar nicht entwerfen weil die sind irreal früher gab es mehr Utopie muss man sagen ja also ich denke ohne Utopie geht es eigentlich überhaupt nicht also Utopie jetzt vielleicht im kleineren Maßstab eine Welt des Friedens das soll nicht als Paradies dargestellt werden was es auch nicht werden wird aber utopische Überlegungen also wo es hingehen soll um es mal einfach auszudrücken was wir wollen Gleichheit Ungerechtigkeit aus beseitigen und da die Wege und Zusammenhänge warum es die nicht gibt bisher und die Wege wie es gehen könnte das herzustellen also von daher würde ich schon Utopien Visionen oder Visionen meinetwegen sagt man heute würde ich auf jeden Fall für notwendig halten Eine Frage die jetzt schon wieder ein bisschen in eine andere Richtung geht die mir aber auf dem Herzen liegt Meinen Sie wenn man Kinder in Liebe und Achtung erzieht ohne Gewalt grundsätzlich ohne Gewalt ihre Persönlichkeit achtet dass das auf die Gesellschaft Auswirkungen haben kann im Sinne eines Fortschritts Ja denke ich denke ich schon also funktioniert nicht also auf jeden Fall natürlich es wird ja nur das Problem ist wahrscheinlich nur dass diese Personen Kinder in Achtung und Unabhängigkeit aufwachsen zu lassen dass ich ständig denke und entgegen zu ja später aber wenn sie noch klein sind also ich sehe das dass es ein völlig anderes Paradigma ist mit Kindern umzugehen als es das früher war was können sie ihre frage naja ich hatte gesagt ich hatte gesagt dass ich ich sehe dass eine die die art mit Kindern umzugehen das das ist ein emanzipatorischer Prozess ist in dieser Gesellschaft man kann in dieser Gesellschaft alles mögliche grundsätzlich kritisieren und hat recht damit aber es gibt diese emanzipation im vergleich also was ich schon gesagt habe die Grenzen ja wunderbar so funktioniert die Grenzen die dem gesetzt werden sind immer zu bedenken und der Vorbildcharakter von dem sie sprechen es geht ja auch das kann Vorbildcharakter für andere sein was was natürlich als erstes auffällt bei solchen Versuchen ist immer dass die Grenzen die dem gesetzt werden die wirken sich die wirken sich störend auch für andere aus und werden dann zurück projiziert sozusagen schuldhaft den Kindern und Erziehern die diese Grenzen nicht akzeptieren unterschoben es ist klar wenn man wirklich Kinder in Freiheit aufwachsen lässt dann muss man alles was sie behindert aus dem Weg räumen und dann werden die den Freiraum natürlich nehmen sie werden ihre Stimme ausnützen sie werden ihren Bewegungsdrag ausnützen und das stört vielleicht die anderen und je je rigider oder kinderfeindlicher sagt man ja heute in der Gesellschaft organisiert ist desto mehr stört das und das schlägt dann wieder zurück also es gab ja den Ausdruck mal dass Kinder zu zu Terroristen erzogen würden auf die Weise ja sie terrorisieren die Eltern die aber wiederum nicht aus Böswilligkeit ihre Kinder einschränken wollen sondern die sind durch die Verhältnisse überhaupt nicht in der Lage den Kindern zu ermöglichen was für ihre Entwicklung gut wäre ja danke noch eine ganz kurze Frage an sie beide als abschließende und dann dann noch ein paar Fragen aus dem Publikum was ist ihre Hoffnung ja die Hoffnung ist eigentlich dass wir wieder dazu kommen dass Aufklärung oder Bewusstmachung repressive Strukturen und Strukturen die uns sozusagen unter Jochen und auch Sprache natürlich also alles was dazu gehört dass das wieder mehr Gehör bekommt wir erleben das so dass da ziemlich viel Niedergang passiert ist im Lauf der letzten sagen wir mal 40 Jahre ja und die Hoffnung dass sozusagen mehr Menschen wieder aufwachen ja kann ich nur zu stimmen das ist schön formuliert danke so dann Fragen Fragen aber wirklich Fragen ja sonst wir können nicht lange lange Referate können wir nicht machen obwohl man jede Meinung ja unterstützen muss aber Fragen man hört ja dass Gewaltanwendung von der Straße aus gegenüber Polizisten gegenüber Rettungsteams Feuerwehrleuten diese Respektlosigkeit zunimmt dass protestierende Jugendliche auch Linke sich nicht scheuen Monatief Cocktails zu werfen mit Flaschen zu werfen ist das ein Zeichen dafür dass sie in der Familie zu wenig zur Gewalt zum Gewaltverzicht erzogen wurden ja kommt darauf an also man müsste bei den bei den Aktionen oder bei Verhaltensweisen müsste man immer die Begründung dafür wissen man kann ja gewalttätig sein weil man verzweifelt ist oder man kann gewalttätig sein weil man ja wie sie sagen falsch erzogen ist und sich nicht anders artikulieren kann ich denke darauf kommt es an im in wenn man gegen Polizisten gewalttätig ist es ist wahrscheinlich wird damit ausgedrückt also ich interpretiere jetzt mal ich akzeptiere deren Einsatz deren konkreten Einsatz nicht und drücke dadurch aus dass ich das nicht akzeptiere damit sage ich jetzt nicht sage ich keine Wertung dazu sondern ich wollte es nur psychologisch interpretieren also was steckt hinter Gewalttaten müsste man in jedem Fall in jedem Fall fragen bei den Demonstrationen in letzter Zeit ist ja zu beobachten dass die Polizei sehr massiv und sehr repressiv auftritt und dass es dann wahrscheinlich eher zu Gewalttätigkeit kommt als wenn die Polizei gewähren lässt also wenn sie demonstriert es ist ja nicht bei jeder Demonstration gleich zum Beispiel und die Polizei ist auch nicht bei jeder Demonstration gleich und es gibt Demonstrationen wo man sieht die Polizei kaum sieht und sie ist gewährend und es gibt Demonstrationen wo man vor schwarzen Helmen eigentlich keinen Demonstranten mehr sieht So also es war eigentlich jetzt schon ein schönes Schlusswort also eine ein Plädoyer für die Möglichkeit einer anderen Gesellschaft und hier in dieser Zeitung kann ich sagen stehen wir dafür in einem linksfluralistischen Sinne sehr mit sehr verschiedenen Meinungen manchmal wünschte man sich ja dass es diese Verschiedenheit diese Buntheit gar nicht so gäbe aber wahrscheinlich ich habe verstanden dass das sehr gut ist ja und insofern ja dieses ist wirklich ein freier Raum eine andere Zeitung in diesem Lande eine Tageszeitung der ich noch ein langes Bestehen wünsche die wie gesagt in eine Genossenschaft übergeht ja und ihnen wünsche ich einen guten Nachhauseweg wer das Buch kaufen möchte kann es hier signieren lassen und ja und ein kleines eine kleine Kollekte steht da auch damit wir solche Veranstaltungen weitermachen können ach so das muss ich ja noch sagen wie es weitergeht diese Veranstaltung Literatursalon finden immer am ersten Mittwoch im Monat statt immer 18 Uhr im nächsten Monat kommt Wolfram Elsner Wolfram Elsner der hier schon sein wunderbares China Buch vorgestellt hat ein richtiger China Spezialist der hat dort gelebt der kennt das alles und der hat ein Buch die Welt nach Corona geschrieben und zwar wie sich USA Europa und China entwickeln werden na das ist ein mutiger Entwurf also der kommt dann im Oktober im November kommt was ganz anderes aber auch sehr schönes das ist von Katja Ostkamp Marzan Monamur die Frau ist tatsächlich Fußpflegerin und sie hat sich also auf eine unglaublich einfühlsame Weise Geschichten von Leuten angehört und mit denen geredet und ihnen geholfen also wenn sie das lesen werden sie sagen mein Gott das ist ja Therapie was die macht so viel Einfühlung und ich bin ja tatsächlich als ich das Buch sah habe ich gedacht ist die Fußpflegerin oder nicht bin ich tatsächlich zu ihr hingegangen habe meine Füße dort ins Wasser gestellt und habe mal mit ihr geredet so und im Dezember am 1. Dezember kommt Stefan Weidner das ist ein ein ganz blitzgescheiter Islamwissenschaftler der in der ganzen Welt unterwegs ist und der uns etwas über die islamischen Länder und dann auch im Zusammenhang mit Afghanistan erzählen kann wobei ich sagen muss die Afghanistan Berichterstattung in dieser Zeitung ist überhaupt gar nicht schlecht aber Stefan Weidner weiß wahrscheinlich noch sehr viel mehr weil er eben wie gesagt sehr viele persönliche Eindrücke hat und im nächsten Jahr sehen wir weiter und danke 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 meinen beiden Gesprächspartnern auf dem Podium dass sie gekommen sind ja gesprächspartnern d Vielen Dank.